Hi und herzlich willkommen hier wieder bei CubeCube. Ich bin der Lars und heute könnt ihr mit nichts mehr als einem Abo und einem Kommentar das Huawei P9 gewinnen. Denn CubeCube gibt es jetzt schon was länger. Wir waren auch wieder auf der IFA mit der Blogger-WG. Unter anderem hatten wir da auch Huawei mit im Interview und das Huawei P9 haben wir schon ausführlich getestet. Jetzt ist es natürlich für uns so, wir wollen uns auch mal bedanken, denn es war eine geile Zeit mit euch. Wir wollen auch weiter geile Videos mit euch bringen, deswegen ihr müsst nicht mehr machen als den Kanal hier abonnieren und uns einen Kommentar da lassen. Dann werden wir am 30. September um 23.59 Uhr einen Cut machen und uns einen Kommentar auslosen. Der kriegt dann das Huawei P9. Die genauen Teilnahmebedingungen, die findet ihr dann nochmal in der Infobox. Insofern ruhig da mal reingucken, auf jeden Fall CubeCube abonnieren und wir sehen uns dann hoffentlich die Tage wieder hier bei CubeCube. Ciao!